Hallöchen Leute, wir kommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns Helga und Marianne. Marianne hat Corona an. Oh, let's go. Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Ich habe seit heute Morgen Schnupfen, Fieber und Halsschmerzen. Oh, oh, das sind die Dreheiligkeit. Sie hat Corona safe. Erzähl mal Ibuprofen, dann wird das schon gehen. Ich kenne meinen Körper. Ja, genau, dieses Sprichwort. Ibuprofen, dann wird das schon gehen. Ja, Ibuprofen ist nie die komplette Lösung, Leute. Ihr müsst auch verzichten, üben. Übt den Verzicht. Nee, aber ich nehme wirklich voll selten Medikamente. Ich mag das gar nicht so, um meinen Körper voll zu pumpen, auch wenn es mal helfen hilft. Ich musste einmal aber ein Ibuprofen nehmen, die letzten fünf Jahre mal wieder. Und zwar habe ich da meine erste Impfung bekommen, meine zweite. War dann so ausgenockt, ich musste nehmen einfach. Und ich nehme es so extrem ungern, aber hat geholfen, konnte dann sehr schlafen wie ein Baby. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, das irgendwas mit dir nicht ganz stimmt, habe ich schon lange so eine Vermutung. Ich? Jetzt erst wächst es nach jeder Mahlzeit erst mal irgendwelche Anfälle, kriegt der Ausfall oder sowas. Heute Morgen direkt einen Corona-Test gemacht. Corona? Das gibt's noch? Oh, was soll ich denn sagen, Helga? Lass mich raten. Gibt's gleich so viel schon wie nie, ne? Gibt's viel mehr Corona als mittlerweile. Inzidenz so hoch wie Ach und Krach. Ich hau alle Sprichwetter raus gerade. Positiv! Ja. Positiv! Ja, irgendwann erwischt das jeden, da kannst du nicht mehr vorwegrennen. Mir ist schon ganz komisch. Nun beruhig dich, du bist doppelt und dreifach geimpft, ne alte Oma bist du auch noch nicht. Also... Aber, wenn ich jetzt einen schlimmen Verlauf hab. Morianne. Und jetzt trauen sie sich trotzdem so nah an dem Balkon dazustehen und mir dann zu quatschen. Ich mein, Morianne ist keine alte Frau, aber sie ist ne alte Frau. Will ich nur mal dazu sagen, also... Das ist Omikron. Was ist jetzt unscharmant? Ich bin Charmeur, ich kann mit alten Frauen. Das Ding ist auch so weird wieder. Das ist doch meistens total harmlos. Ich schmeck nix mehr. Ich schmeck nix mehr. Was? Ich schmeck nix mehr. Ich schmeck den Wind nicht mehr. Was will denn schmecken, ne? Die isst ja auch sonst nix, was sollst du denn schmecken? Du hast doch auch gar nix im Mund. Stimmt, hast du recht. Gott sei Dank. Nun komm mal runter. Ich dachte schon, meine Geschmacksinne sind in Dutt. Hast du da denn schon den Gesundheitsamt gemeldet? Helga, ich kenn meine Diagnose doch erst seit drei Stunden. Ich steh noch völlig neben mir. Hast du denn vorsichtshalber Nummer zwei? Aber erst einmal raus und auf den Balkon Helga anstecken. Perfekt. Ich hab sieben Tests gemacht. Sieben? Drei durch die Nase, drei durch den Mund und ein durch den Ohr. Und ein. Okay, ich hoffe, ich hab irgendwie grad durchs Ohr. Aber ich hab irgendwie grad vermutet, dass sie noch einen hinten rein... Nein! Sicher nicht auf Nummer sicher gehen. Alle positiv. Auch der durchs Ohr. Der Strich war sogar am dicksten. Weißt du denn, wo du dich angesteckt hast? Keine Ahnung. Ich glaub, durchs Ohr kann man sowas nicht testen. Überleg. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wo warst du denn vor drei, vier Tagen? Ich war zu Hause... Äh... Oha, ich glaub, sie weiß es. Ich war vor drei Tagen bei Frieder Friedmann auf dem Geburtstag. Ja, bingo. Da muss... Leute, feiern doch keine Partys, Mann. Mach ich auch schon nicht. Seit... 27 Jahren oder so. Oh mein Gott. Was ist passiert, Zeug? Und zu wem hattest du gestern noch Kontakt? Den musst du ja Bescheid sagen. Bärbel und Bärde Hübner. Wir waren gestern noch bei Lisa in der Gartenhütte Krabbenpool. So. Oh, heute. Heute. Oh, ich kann mich so aufregen wieder. Ich war heute bei der Post, hab Pakete abgebracht... Weckgebracht. Ich war in meinem Zimmer ja im Ausmisten und verkaufte auch Sachen und Kram. Und zur Post gebracht. Und vor mir war ein alterer, älterer Herr, der einfach ohne Maske in den Laden reingegangen ist. Und das ist ja erstmal scheiße. Aber was mich am meisten aufgreift, ist, dass die Kassiererin, die Frau an der Kasse da, von der Postbank da, nix gesagt hat. Die haben kurz gesagt, oh, so lange ist keine Maske. Und er so, ja, ich... Hat er so gemacht. So da gestanden, wie so ein Depp. Es ist immer noch keine FFP2-Maske, wenn du dein T-Shirt vor deinen Mund hältst. Dann hat er noch vor mir den Mädels in der Schlange stand, so rumgeflirtet, so. Und die war erst, keine Ahnung, fünf, konnte laufen gerade mal erst. So gelacht und, ne, klar, ältere Menschen lustig und so quatschen mit den Kindern und so. Aber es ist trotzdem weird. Dreh dir keine Maske. Das sind alles so Faktoren, die zusammenzählen, will ich nicht haben. Ich war schon kurz davor, mich bei der Frau zu beschweren, dass sie nix gesagt hat und den Mann trotzdem kassiert hat. Ich hätte ihn einfach rausgeschickt. Nee, sie müssen Maske tragen oder nicht? Gehen sie nach Haus und kommen sie erst wieder mit Maske. Hätte ich gesagt. Wirklich, also, nee. Ich hätte jetzt theoretisch auch das aufnehmen können, ein Handy fotografieren und die hätten dann eine Anzeige von dem Staat gekriegt. Dann ist der Laden zu, die Post. Oder kriegen eine Klage, wer auch immer geht in den Kopf. Also, was ist denn das? Das ist ja auch geschäftsschädigend. Sowas regt mich mal auf, sorry. Kommt einmal aus mir raus. Aber ist ja auch wahr. Machst du das nachher mal? Ganz in Ruhe rufst du da mal an? Und dann sagst du denen mal... Baby, rufst du vor den Krankenwagen? Du hast Corona. Äh. Ja. Die Leute sind auch positiv. Wir sind alle positiv. Morianne. Ich schmeck nix mehr, Bärbel. Morianne, sag... Stehen wir bis zum Handy gerade. Du hast doch so einen. So was? Bärbel, sie soll sich in Ruhe nur testen. Und du beruhigst dich hier jetzt mal. Bärbel, Herr Eker sagt, du sollst ins Krankenhaus fahren, vorsitzhalber. Sag mal. Sie hat geschrien und dann aufgelegt. Corona ist in den meisten Verläufen doch lange nicht mehr... So gefährlich wie das mal war. Oh nein. Was ist denn nun schon wieder los? Ich muss ja in Quarantäne. Ja klar, mindestens ne Woche. Ich hab überhaupt keine Sachen mehr im Haus. Woher soll... Hey, geil, freut sich jetzt. Ja klar, gehen wir in die Quarantäne. Lass mich in Ruhe bitte die Woche. Endlich Urlaub. Hab ich denn jetzt Klopapier bekommen? Morianne. Wir beide sind Nachbarn. Oh, apropos Klopapier und so. Aktuell kaufen die Leute ja wieder Öl weg wie nichts. Nur um ne Sprit voll zu tanken. Weil bei Dieselautos kann man tatsächlich auch Pflanzenöl eingießen. Scheinbar ums geht trotzdem. Ähm. Und das ist günstiger als Sprit aktuell. Problem ist trotzdem halt auch... Mein Mehl ist weg. Ich kaufe ja in meinem Umkreis hier Radius. Gibt's keinen Supermarkt außer einen, der ein glutenfreies Mehl hat. Und bei dem einen gibt's jetzt kein Mehl mehr. Das ist der Laden... Das hat er weg. Das ist nicht mal leer gewesen. Es gibt nicht mal ein Schild, wo bei glutenfreies Mehl steht. Einfach komplett weg. Ich hätte mir mehr im Vorrat kaufen müssen. Ich hätte mir alles wegkaufen müssen jeden Tag. Jetzt hab ich keinen Mehl mehr. Jetzt kann ich auch keine Pancakes mehr machen zum Frühstück. Es ist so ätzend, wirklich. Ihr könnt auch woanders gucken. Im anderen Laden noch. Ich war bisher bei drei, vielleicht beim vierten Jahr. Muss ich so weit laufen im Extra? Ha, ich beschwärfe mich gerade laufen im Band. Du bist meine beste Freundin. Ist so. Ich schreib dir gleich eine Liste auf mit Leuten, die Zeit haben, dir was zu holen. Oh, das ist so süß. Aber ohne Telefonnummer, da musst du dir selber raus. Okay. Danke, Helga. So, und nun ab ins Bett mit dir. Prost Mahlzeit und ich wünsch dir einen frohen Verlauf. Danke, Helga. Morgdat. 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 Drei Wochen später. Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Ich bin jetzt drei Wochen in Quarantäne und... Warum drei Wochen? Hä, nicht nur eine Woche? Immer wieder positiv oder was? Klackert, ist wieder aus Quarantäne raus, wenn du negativ bist, meine ich. Immer noch positiv. Wat? Immer noch positiv. Ich dachte, du bist irgendwo in Urlaub gefahren. Ich war die ganze Zeit im Bett. Drei Wochen lang. Und wie geht dir das? Ich hatte nur ein paar Symptome, danach ging's schon wieder. Seit drei Wochen bist du positiv, das ist aber schon ein bisschen komisch auch, Morian. Ich verstehe das. Dann werden dazu immer denselben Test genommen, oder? Das wäre es jetzt so, wenn sie den Test nicht gewechselt hätte. Auch nicht. Aber dieser eine blöde Strich, der will einfach nicht weggehen. Nein, nein. Dieser eine. Die braucht zwei Striche, ach man. Dann bist du erst positiv. Ja, dieser eine Strich beim C. C für Corona, der will nicht weggehen. Da waren aber schon zwei Striche, ne Morianne? Da war ein Strich beim C, Helga. Es müssen beide einen Strich haben, C und T. T ist der Teststreich, glaube ich, auch. C für Covid, ja klar, aber es müssen beide sein. Wenn nur C ist, dann ist es negativ. Ein Strich. Ja. Gehen wir ins Internet und googeln wir Corona-Selbst-Test. Und dann? Einfach mal machen. Aber ich? Morianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Sushi. Kann ich nicht. Wieso? Krieg ich Flöhe von. Oh, Flöhe von Sushi. Ich habe schon andere Sachen von Sushi mal bekommen. Aber keine Flöhe. Gute Besserung. Wir auch. Mokdad. Mokdad. Nice. Ey, geile Video wieder. Äh, lasst einen Test da. Daumen hoch da. Habt ihr alle negativen Tests zukünftig mit einem Strich. Und ich wünsche euch keinen zweiten Strich. Und das ist ein Hauder raus. Pow! Yo. Ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach mal wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätte ich's schon gemacht. Denn yo.